Herzlich Willkommen meine Damen und Herren, mein Name ist Christoph Biandl und ich darf Sie im Namen des WEMP-Organisationsteams recht herzlich zur Präsentation der Nominees beim WEMP-Wort Edition 2023 begrüßen. Mit dem WEMP-Wort prämiert der Marketing Club Österreich jedes Jahr die Besten der Besten in den Bereichen Ambient Media, Promotion und Digital Out of Home. Als Veranstalter freut es mich und Nico Papst vom Marketing Club Österreich ganz besonders, dass wir Ihnen heute das beste Einreichergebnis in der bisherigen Geschichte des WEMP-Worts verkünden dürfen. Knapp 140 starke Cases wurden eingereicht. Herzlichen Dank an alle Einreicherinnen und Einreicher für Ihr Vertrauen. Als Präsident vom Marketing Club Österreich ist es mir eine besonders große Freude, so viele Einreichungen beim heurigen WEMP-Wort gesehen zu haben. Vielen Dank allen Einreichern dafür. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, sich selbst und seine Werke zu präsentieren und garantiert allen Zusehern einen spannenden Abend bei der Preisverleihung. Der WEMP selbst ist ja mit Ambient Media, Digital Out of Home und Promotion Teil des Marketing Clubs als Unit geworden. Das bringt ganz besonders tolle Synergieeffekte sowohl für Kundenseite als auch für Anbieterseite mit sich. Ich freue mich auf die Veranstaltung und drücke allen, die eingereicht haben, die Daumen, damit sie einen Preis bekommen. Und wenn nicht, klappt es bestimmt beim nächsten Mal. Einfach dran bleiben. Gemeinsam mit dem Marketing Club wird das eine tolle Zeit. Alles Liebe. Ein weiteres Dankeschön geht an unsere zahlreichen Partner und Unterstützer. Sie alle tragen maßgeblich zum Erfolg des WEMP-Worts bei. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit an Bord seid. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit euch den WEMP-Wort in den kommenden Jahren im Sinne der Branchen für Ambient Media, Promotion und Digital Out of Home weiterentwickeln dürfen. Bis zum nächsten Mal. 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 Ohne die Mitglieder unserer Jury gäbe es keine Preisträgerinnen und Preisträger beim WEMP-Wort. Sie alle haben mit viel Fachkompetenz vollkommen unabhängig und integer alle Einreichungen gewissenhaft gesichtet. Dabei haben Sie sich die Entscheidung keinesfalls leicht gemacht. Denn es gilt immer zu beachten, ob auch wirklich alle Anforderungen in den jeweils ausgeschriebenen Kategorien entsprechend eingehalten wurden. Ich lade Sie jetzt ein, kommen Sie mit mir mit und werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der Jury-Sitzung. Normalerweise ist dieser Bereich für die Öffentlichkeit strengstens verschlossen. Aber diesmal haben wir eine Ausnahme gemacht und waren mit dem WEMP-Wort Edition 2023 bewertet haben. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.